Ahoi hoi Leute und herzlich willkommen zu meinem Heroes of the Storm Guide für Lily, die Unterstützerin. Ja, wie schon öfter nachgefragt, werde ich jetzt einfach mal mit den Skills anfangen, bevor ich die Skillung an und für sich erkläre. Einfach nur, damit man so einen Eindruck hat, wie sich das verändert. Auf W haben wir jetzt diesen kleinen Drachen hier, man sieht schon, der schrubbt fleißig hier Arthas an und unterstützt ihn halt so ein bisschen, was Damage angeht im Kampf. Dann haben wir hier den blendenden Wind, das sind zwei Wirbel, die dafür sorgen, dass der Gegner jetzt zwei automatische Angriffe verfehlt, die er einsetzt. Das hilft uns halt ein bisschen Damage zu reduzieren von unseren Gefährten und so weiter, den die eventuell kriegen könnten. Ja, dieser Drache lässt sich übrigens auch wunderbar auf Verbündete casten. Ganz praktisch ist das, wenn ihr das dann auf euren Tank macht oder halt Nahkampf-DDs oder ähnliches. Dann haben wir auf Q unseren Heal, den ich jetzt leider nicht wirklich einsetzen kann, weil hier niemand wirklich Schaden kriegt. Ja, unsere passive sind die flinken Füße. Wenn wir Schaden kriegen, haben wir eine Sekunde lang 10% mehr Movement Speed auf unserer Lilly. So, dann fangen wir doch gleich mal mit den Skillungen an. Und zwar habe ich hier am Anfang immer die Trickkiste drin, was unsere Mana-Regeneration erhöht für alle drei Kugeln, die wir einsammeln. Den Skill nehme ich eigentlich immer rein, weil ich anfangs auch derbe Mana-Probleme habe und je nachdem, wie intensiv die Kämpfe sind, auch im späteren Spielverlauf. Alternativ geht natürlich auch die Reichweite, die sich dann um ein Drittel erhöht. Aber ich finde, die Reichweite ist völlig in Ordnung. Von daher nehmen wir hier auf jeden Fall die Trickkiste. So, dann erhöhen wir mal das Level und nehmen das nächste Talent. Hier haben wir jetzt schon ein bisschen mehr Auswahl. Und zwar haben wir hier den Heilungszauberschutz. Der Heilungszauberschutz, das wäre jetzt für stationäre Kämpfe wie die Tempel am Tempel des Himmels, wenn man die einnimmt. Vielleicht auch das verfluchte Tal, wenn man da am Kämpfen ist. Weil das unsere Verbündeten über 10 Sekunden halt nochmal pro Sekunde um 2% von ihrem Leben halt. Das heißt, sie können prinzipiell kurz rausgehen, stellen sich dann in diesen Heilungszauberschutz. Oder halt während des Kampfes halt ja auch so ein bisschen hoch, ist dann aber halt nicht ganz so intensiv. Ja, innerhalb von 10 Sekunden wären dann 20% live, wenn die wirklich 10 Sekunden drinne bleiben. Das ist dann hier ein Fünftel. Was bei Lily, ja, grob gerechnet jetzt 505, ach, 550 sag ich schon. Gott, 250 müsste das sein, circa. Ja, Wolkenschlange halb bei jedem Angriff finde ich jetzt nicht so super. Nehme ich auch eigentlich nie. Dann haben wir hier die Auswahl zwischen trifft mehrere Ziele, unser Wirbel und bleibende Blendung. Wenn wir jetzt Gegner haben in unserem Team, äh, ja, Gegnerteam halt, blöd ausgerückt, die viel auf Autohits basieren. Zum Beispiel Illidan macht den größten Damage durch seine Autohits. Müssen wir halt gucken, dass wir einen von den beiden nehmen. Je nachdem, wie viele das sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel haben Illidan, Valar, Fallstart, wenn der auf Autohits geht, dann nehmen wir auf jeden Fall trifft mehrere Ziele, weil das in Teamfights halt massiven Schaden rausnimmt. Und zum Beispiel Thrull ist auch so einer, der halt auf Autohits basiert, vor allen Dingen mit seinem Windzworn. Wenn wir jetzt aber nur einen einzigen haben, der Autohits macht und dadurch den Damage macht, dann nehmen wir natürlich die bleibende Blendung, was halt ein super Counter für Illidan ist, weil er drei Angriffe verfehlt. Das heißt, die drei Angriffe heilt er sich nicht hoch oder reduziert seine Abklingzeiten und ist dadurch auch wesentlich verwundbarer und nimmt halt Schaden raus. Wir nehmen jetzt aber mal für mehrere Ziele. Meistens haben wir ja Valar und Illidan im Gegnerteam. Zumindest ist das bei mir momentan häufig so. Ich hoffe, ihr kommt mit den Erklärungen alle auch so mit. Das ist vielleicht ein bisschen schnell. Falls noch irgendwelche Fragen auftauchen, schreibt es bitte in die Kommentare. So, hier habe ich eigentlich einen ganz standardmäßigen Skill, und zwar heilendes Gebräu heilt über Zeit. Erhöht halt nochmal die Heilung, die wir generell schon machen, um 59 Lebenspunkte von 6 Sekunden. Und wir gehen halt nun mal gerade auf Full Heal und vollen Support. Deswegen ist hier auch die Wahl nicht schwer. Wir nehmen Krug der 1000 Schlücke, was nochmal insgesamt 2040 Lebenspunkte heilt von unserem kompletten Team. Und den Heal kriegt halt immer der mit den wenigsten Lebenspunkten. Wir sehen jetzt hier schon, der Radius ist ziemlich groß. Also können wir uns damit auch so ein bisschen vom Team entfernen. So, hier ist auch extrem teamabhängig, würde ich sagen. Dazu bin ich mir jetzt noch nicht ganz schlüssig, ob das jetzt nur die Fähigkeitsstärke erhöht von unserem Wirbel oder auch von dem Heal. Aber die meiste Zeit spiele ich dann generell mit Schrumpfstrahl, was halt nochmal 50% Schaden vom Gegner nimmt und 50% Movement Speed. Oder was mir jetzt die letzten Tage auch sehr gut gefallen hat, ist Gut zu Fuß, was halt, wenn wir Schaden kriegen, nochmal zwei Aufladungen vom Blocken auslöst, die alle 10 Sekunden sich halt wieder aufladen. Deswegen nehmen wir jetzt auch das, um nochmal ein bisschen Damage von Lily rauszunehmen, weil wir meistens in den Teamfights auch gefokust werden. Außer wir haben so Squishy Heroes drin wie Jaina oder so, die werden dann meistens noch vorher rausgenommen. So, flinke Füße ist effektiver, nehme ich eigentlich nie rein. Ich nehme in der Regel heilendes Gebräuheil zwei verbündete Helden, hat aber eine etwas längere Abklingzeit. Die stört uns aber in der Regel nicht, weil wir dadurch halt zwei Leute heilen und das unseren Heal nochmal extrem boostet und in Teamfights auch super praktisch ist. So, Stufe 20 Talent könnte man jetzt wählen zwischen Krüge, dass man halt zwei Helden gleichzeitig heilen kann durch die tausend Stücke, Schlücke, Dinger. Ich nehme aber eigentlich immer schwarzer Gürtel, das heißt, die Abklingzeiten werden dreimal schneller abgeschlossen, das heißt, werden angehittet. Dann für eine Sekunde läuft es halt dreimal schneller ab, also drei Sekunden. Und wenn wir regelmäßig Schaden kriegen, laufen halt die Abklingzeiten unheimlich schnell ab und wir können dann auch den Schluck der tausend Krüge wesentlich schneller einsetzen. Von daher finde ich den schwarzen Gürtel bei Lily eigentlich die beste Wahl. So viel an den Fähigkeiten hat sich jetzt nicht geändert, außer an unserem blendenden Wirbel. Wir zeigen das jetzt hier nochmal. Wir haben jetzt hier die Wolkenschlange, die macht halt ganz normal Schaden wie vorher auch. Wir sehen jetzt, wenn wir uns hier so ein bisschen wegstellen, haben wir jetzt halt vier Wirbel. Wir können jetzt hier nochmal so ein Ding jetzt aufnehmen. Hier steht dann auch immer, wie viele Kugeln wir haben. Wir haben jetzt eine von drei und haben jetzt einen Bonus von 0,5 momentan. Hier können wir nochmal Malfurion heilen. Und weil Malfurion gerade im Nahkampf ist, kriegt er auch den schönen Drachen, damit er auch immer möglichst nah an den Gegnern ist, falls wir dann mal aus der Range rauslaufen sollten. Weil wir mit Lily in der Regel immer ein bisschen weiter hinten stehen, um nicht direkt gefokust zu werden. Aber halt immer noch in der Reichweite hier ungefähr von unserem Krug, das wir regelmäßig schmeißen können. Ja, das wär's jetzt so zum Lily-Guide. Falls euch das Ganze gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben, damit helft ihr mir auch ungemein. Falls ihr noch irgendwelche Alternativen habt, schreibt's in die Kommentare und schreibt mir doch auch mal, wie ihr mittlerweile mit Illidan im Gegnerteam klarkommt, wenn ihr eine Lily dabei habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Anschauen und ciao! Ciao!